Karl Benjamin Klunzinger war ein deutscher Tropenarzt und Zoologe. Karl Benjamin Klunzinger war Sohn des Kücklinger Stadtpfarrers Karl Klunzinger. Er lebte 1863 bis 1869 und nach dreijährigem Aufenthalt in Europa zur Bearbeitung seiner Sammlungen wieder 1872 bis 1875 als Arzt meist in Alxerm, Roten Meer, dessen Küste er nebst dem Nielteil mehrfach bereiste. Nach Deutschland zurückgekehrt erhielt er die Stellung eines Kustos am Naturalienkabinett zu Stuttgart. Er war von 1884 bis 1900 Professor für Zoologie, Anthropologie und Hygiene am Polytechnikum Stuttgart. Im Jahr 1876 wurde er zum Mitglied der Leopoldina gewählt. 1912 wurde er Ehrenmitglied des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg. Der Eisenbahn- und Wasserbauingenieur Paul Klunzinger war sein Bruder. Schriften Synopsis der Fische des Roten Meeres Weinheim Kramer Kudikot Herz Welden und M. Wesley New York Stecher Tafner 1964 Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem Roten Meere Mit einem Vorwort von Georg Schweinfurt Zweite Aufel Stuttgart 1878 Neudruck der AUSG Stuttgart 1878 Wiesbaden L.T.R. Werl 1981 ISBN 3-887-06-01-21 Upper Egypt Its People and Its Products A deskriptive account of the manners, customs, superstitions and occupations of the people of the Nile Valley, the desert and the Red Sea Coast With sketches of the natural history and geology Reper Orig Publ New York 1878 New York N. Y. AMSPR 1984 1884 Die Koralltiere des Roten Meeres 3 BDE Berlin Gutmann 1877 bis 1879 Die V. Müllersche Sammlung australischer Fische in Stuttgart Wien 1880 Die Fische in Württemberg, faunistisch-biologisch betrachtet und die Fischereiverhältnisse da selbst In Württembergische Naturwissenschaftliche Jahreshefte 1881 S. 173 bis 304 Über die fähigen Arten des Bodensees In Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg 1884 S. 105 128 Die Fische des Roten Meeres Eine kritische Revision mit Bestimmungstabellen Erste Teil Akantopteriverion Stuttgart-Schweizerbad 1884 Bodenseefische, deren Pflegeumfang Stuttgart-Enke 1892 Über die prähistorischen Fischereigerätschaften Insbesondere der Pfahlbauten des Bodensees Vortrag gehalten auf dem 4. Deutschen Fischereitag zu Friedrichshafen am Bodensee In Circular des Deutschen Fischereivereins 1892 Theodor Eimer Ein Lebensabriss mit Darstellung der Eimer-Sinn-Lehren nach ihrer Entwicklung In Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg 1899 Entgegnung auf Nüßlins Ausführungen in der Gangfischblaufärchenfrage vom September 1903 In Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg 1904 S. 335 343 Ergebnisse der neueren Bodenseeforschungen Stuttgart Schweizerbad 1906 Geschichte der Stuttgarter Tiergärten Stuttgart-Grüninger 1910 In Aus Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg 66 S. 167 217 Die Rundkaben des Roten Meeres Leipzig Engelmann 1913 Ein Besuch beim klugen Hundreuf nebst parallel Beobachtungen an anderen Tieren und tierpsychologische und sonstige Betrachtungen In Jahreshefte D. Vereins F. Vaterle Naturkunde in Württemberg Jade G. 70 1914 Erinnerungen aus meinem Leben als Arzt und Naturforscher zu Kosaya am Roten Meere Würzburg Kabitsch 1915 Z. Z. B. B. D. R. T. B.